Vor einem 13, hier ist Sergeant Sebastian Castellanos. Was ist da los? Ähm, unbekannt. Wird geprüft. Was meint ihr mit unbekannt? Ähm, macht schnell. Zum Teufel sind alle. Keine Waffen mehr in den Autos. Keiner hier, der Meldung machen könnte. Es stinkt. Widerlich. Riecht wie Blut. Okay, bleib wachsam. Polizei! Ist da jemand? Das ist unfassbar. Was ist so? Was? Es war ruhig. Ja, was? Ja, was ist das? 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 Untertitelung des ZDF, 2020